So hallo, also als erstes mal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr mich so toll unterstützt und meinen Kanal so fleißig abonniert. Im Hintergrund seht ihr einen Film, den habe ich im letzten Sommer aufgenommen. Da bin ich zufällig an ein Bienenvolk gekommen, wo gerade eine Königin abgestochen wurde. Und das zeige ich euch jetzt einfach hier als Dankeschön für euer Abo, für eure Kommentare und hoffe, dass wir zusammen weiter diesen Kanal gestalten können. Also sagt mir auch gerne hier, nutzt die Gelegenheit, schreibt mir in die Kommentare, welche Themen euch interessieren würden. Und dann würde ich einfach schauen, dass ich dazu was mache. Ansonsten ist einfach jetzt geplant, dass ich mir eine andere Kamera kaufe, so eine Action Cam und euch dann spätestens im April mit zu den Bienen nehmen, dass ihr einfach live dabei seid oder hautnah dabei seid. Wenn ich bei den Bienen arbeite, dass ihr seht, wie mache ich es, wie sehen meine Bienenvölker aus. Und da machen wir zusammen einfach weiter. Ich freue mich, noch mal ein riesen Dankeschön und dann bis zum nächsten Video.